Ich habe noch lange an die Woche zurückgedacht. Du bist ohne Ankündigung erschienen und hast alles verändert. Kurz nachdem du aufgetaucht bist, starb unser Vogel. Wir haben dich in unsere Leben aufgenommen. Und es gab diesen kurzen Moment, in dem wir alle glücklich schienen. Dann kam der Hade. Ich habe mich immer gefragt, ob du wusstest, wie wichtig du für uns warst. Ich habe mich immer gefragt, ob du wusstest, wie wichtig du wusstest. Du warst neu und anders in jeder Hinsicht. Ich habe mich immer gefragt, ob du wusstest. Du hast etwas in uns ausgelöst. Ich habe mich immer gefragt, ob du wusstest. Ich habe mich immer gefragt, ob du wusstest, wie wichtig du wusstest. Ich habe mich immer gefragt, ob du wusstest, wie wichtig du wusstest. Dass wir dich gehen lassen mussten. Ich habe mich immer gefragt, ob du wusstest, wie wichtig du wusstest. Und dann, so schnell wie du gekommen bist, warst du wieder verschwunden. Und dann, so schnell wie du wusstest. Du wusstest, wie wichtig du wusstest, wie wichtig du wusstest, wie wichtig du wusstest. Vielen Dank.